Hallo! Hallo! Warte, wir stehen! Das richte ich mit! Das richte ich mit! Das ist die sogenannte Koloniebrut hier. Ich zeige ich Ihnen gleich. Normalerweise stehen hier oben überall rundum Nistkästen. Aber jetzt wo es kalt ist draußen, nicht mehr. Hallo! Oh, das ist der selbe Gelbe! Hallo! Jetzt ist hier ein Raum hinter, der ist beheizt. Da ist ein Loch, da können Sie rein und rausgehen. Und jetzt sind die Nistkästen da drin. Hallo! Hallo! Oh, guck mal, der noch gewohnt ist! Hallo! 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 Oh, guck mal, die noch! Hallo! Hallo! Oh, die noch gewohnt ist! Ja, Moment ist wenig. Normalerweise... Keine Angst? Ja, ein bisschen wach, ein bisschen kommen. Bisschen angespannt doch, oder? Ja? Ein bisschen wach, ah. Echt? Ah letztendlich, das noch?